Untertitelung. BR 2018 Kertz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschützbereit! Wir halten Sie die Fenster da im Auge. Amerikanische Infanterie vor Ort. Grüne, hat das EMB-Feuer. Mir gefällt das nicht. Sei stark, Handmann. So folg einfach deine Befehle. Reichen gesichert. Anton 1, an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinzen. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten gegen einen Sieger, haben Sie keine Chance. Drücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und schützen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kertz. Jawohl, Kommandant. Sherman, Sie rücken vor. Treffer bestätigt. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark ist das, was du verwendest? Das spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht im Wachsen. Vorrücken und Verteidigung zerstört. Sie fliegt. Sie haben wohl schon einen Sieger gesehen, hm? Sie sind getroffen. Weiter so. Ansellerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist schwächtig. Ich werde meine Muttern stolz machen. Das Ziel ist erledigt. Artillerie Stellung zerstört. Jetzt machen wir die Fälle mit der anderen. Das war die letzte Artillerie Stellung. So schnell es geht. So schnell es geht! Und uns der Tal reißt dich zusammen! Anton Heinz, eigentliche Panzerdivision versucht den Platz zu umstellen! Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott! Das ist eine Falle! Mein Gott! Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen! Herz, sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben! Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben! Er kann wieder laufen! Was denn allein ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Vor links, Schwarzer! Wir leiden Schaden! Verfahren! Verfahren! Suchen Sie uns den Kopf! Schnell! Kertz, bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant! Pereinung, Kertz! Ich arbeite dran! Sind wieder Einsatzbereit! Langsam, Kertz! Nicht so dicht an die Mauern! Erwicht! Mit der Gremium! Mit der Gremium! Entfernen Sie sich! Der Faktor hat die Gremium! Wo sie mich angezogen haben können? Der Schuh ist ab dem Ralsch! Diese Bastarde sind verrückt! Glaubt an die Stärke und an Deutschland! Guter Schuss! Erneut feuern! Kerz! Bringen Sie uns zu Brücke! Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen! Das ist ein Wort! Wir werden alle draufgehen! Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Beruhig dich mal! Herrgott nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Das Ziel bewegt sich noch! Weiter auf das Zielfeuer! Wir werden jetzt nicht schaffen! Wir werden jetzt nicht schaffen! Noch mehr feindliche Panzer! Das sind so viele Herr im Himmel! So viele! Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger! Das sind denen aber rechte! Die Brücke! Die Brücke! Der Brücke! Scheiße! Klapper! Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Kerns. Fahren Sie weiter, Kerns. Haben Sie Zeit.